Musik Das ist eine Mülltonne, aber wir müssen hinten den Schnitt machen. Der Bus ist eine Ergänzung des normalen Impfgeschehens, aber das schaffen die ganz einfach nicht. Unfähige Wanderer. Die kommen, weil sie annonciert haben. Komm hin. Nein, das machen wir nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Da wird man so verscheißert. Das ist doch nicht professionell. Das ist doch Anfängertum. Mann, 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 Mann. Entschuldigung, ich bin Krebspatient. Ich kann nur in der Woche impfen, wo ich keine Chemo nehme. Das wäre jetzt. Wir werden hier sehen, wie wir das regeln können. Es kommen ja einige Leute noch dran, aber es soll nicht viel umsonst anstehen. Wir nehmen Sie noch mit rein und dann müssen wir hier den Schnitt machen. Es tut mir sehr leid. Man hat ja lange genug überlegt, es ist ja auch meine erste. Aber ich habe es jetzt gemacht und alles gut. Grundsätzlich sehe ich das als sehr wichtig an. Wir müssen ja in irgendeiner Art und Weise vorwärts kommen mit den Impfungen. Ich hab meine Frau. Ja,lasse. Ich hab meine Frau. Ich hab meine Frau. Untertitelung des ZDF, 2020